Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Parallel Worlds. Wir sind das letzte Mal im Haus von Link stehen geblieben. Auf der Suche nach dem Zahasralla. So, und ich habe mir jetzt mal überlegt, wir werden jetzt hier drüben gucken, ob wir irgendwie... Ja, da oben lang ging es ja nicht. Ich denke, wir werden jetzt hier unten... Oh, je, dich... Na, das fängt ja toll an. Komm mal her, du. So. Herz... Oh Gott, wo haben wir so viel... Wie viel hat der uns jetzt gerade eben abgezogen? Heilige. So. Da oben haben wir uns irgendwo... Ach Gott, Kettenhunde. Das ist... Ah, ah, kackt den auch noch. Und... Oh Gott. Ey, Leute. Ähm. Das ist jetzt aber... Böse. Ähm. Ach, schön. Die heilen uns. Das sind die Feen hier drinnen. Gut, wir haben den ersten Feenbrunnen gefunden. Das ist doch schon mal... viel wert. Au, tschi. Oh, tschi. Juppu. Bupa. Yo. Klar. Ähm. Oh, ne. Da will ich aber auch nicht hin. Jetzt ist doch mal gut hier. Komm. Lass mich mal vorbei. Lass mich mal vorbei hier. Da komm mal net rein. Da komm mal net rein. Ui, 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 ui. Na, wenn ich sag mal volle Energie. Oh Gott. Na toll. Das führt da auch nicht zu nix. Das bin ich aber... Wie kommt man zu den Docks jetzt? Ähm. Nein. Dich will ich auch nicht haben. Mann. Ey. Nein. Nein. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So. Da ist ein Herzteil. So. Da ist noch einer von denen. Tja, ähm. So. Steinbruch geht nach da. Jetzt muss ich noch mal gucken, ey. Och, Mann. Ey, das muss doch jetzt passieren. Das war doch so klar, dass es uns hier jetzt erwischen muss. Aber ich weiß ja, wo wir hier Herzen herkriegen. So. Ich glaube nämlich hier drinnen. Genau. Hier ist der Typ, der gerade am... Ja. Der gerade krank ist. Und deshalb... Klauen wir uns mal sein Herzchen. So. Wir wollen zum Steinbruch. Immer noch. Und werden dann vom Steinbruch gucken, dass wir irgendwie in die Docks... Zu den Docks kommen. Aber. Oder gibt es da im Süden noch einen Weg? Ähm. Da oben gab es keinen Weg lang. Wie soll man da hinten hinkommen? Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Tja, ähm. So. Dich lassen wir einfach mal hier liegen. Und... Dich sowieso. Und da vorne kommen jetzt gleich unsere Freunde, die... Ach, zum einen die und zum anderen auch noch die da. Ja, es ist der da, der da, der da oder der da. Jetzt kriegt der Schiss, jetzt kriegt der Schiss, hä? Ähm. Was steht denn hier? Magie laden und Docks nach unten. Okay, da wollen wir doch jetzt mal hingehen. Ach, schön. Und es gibt auch noch Gegner, die mit einem einzigen Schlag hinüber gehen. Ach, das ist doch mal toll. So, hier. Da können wir wieder roten. Komm, geht nicht. Scheiße. Okay. Da müssen wir doch hier eigentlich gar nicht mal... Ui! Hollalalala. So. Geht es hier jetzt weiter? Das ist Zauberladen. Docks. So. Tja, ähm. Da müssen wir jetzt irgendwie nach links kommen. Das tun wir aber nicht. Äh. Doppelplagt euch, wennt und nicht. Kesselbrodelt, feiert sich. Pilze braue ich mir zusammen. Aha. Ey, jetzt bin ich aber gleich mal sauer hier. Okay. Okay, okay. So. Ja, ich weiß. Ich bräuchte noch eine Flasche. Aber die müssen wir uns irgendwo noch herkriegen. Oder fehlt uns jetzt irgendein Item für den ganzen Spaß hier? Das kann natürlich jetzt auch sein. Das war ja der Punkt, an dem wir das letzte Mal so stehen geblieben sind. Was war denn hier eigentlich? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Aber ich schätze, da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen da wohl durch. Ach, toll. Okay. Ähm. Hilfe. Endlosstrand. Ja, da kommen wir nicht weit. Toll. Na. Ja. Der ist ihm über. Jetzt gehen wir mal kurz hier drüben gucken. Schieben können wir es nicht. Ähm. Können wir den ziehen? Nee. Tja, ähm. Strandpfad. Toll. Sehr toll. Wo sollen wir jetzt hier hinkommen? Ich bin jetzt gerade, äh. Tja, das bringt uns alles nix. Warum heißt der Strand eigentlich Endlosstrand? Das würde ich mal gerne wissen. Aber, ähm. Ich gehe mal davon aus, wir haben gerade etwas andere Probleme, als den Grund zu erfahren, warum ein Endlosstrand Endlosstrand heißt. Brauchen wir vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Items? Oder brauchen wir, ähm. Jetzt schaff deinen Arsch da mal weg und lass mich vorbei, du Mistding. Tja, ähm. Ich hatte jetzt noch so eine, so eine andere Idee, die ich mir noch angucken möchte. Hier kommen wir ja wieder nach Kakariko rein. Hm. Moment. Waren wir in diesem Haus hier schon? Ich glaube, das war die Bar, oder? Jupp. Gab es da hinten noch was? Nee. Da hat man ja geguckt, da war ja bei, ähm, bei A Link to the Path war da ja die Flasche drin. Tja, ähm. Ich bin überfragt. Ich bin sowas von überfragt. Hm. Vielleicht sollte man mal wirklich zum Wahrsager gehen. Einfach mal, äh, gucken, ob der mir vielleicht weiterhelfen kann, was ich als nächstes machen soll. Ich glaube, der wird hier mein bester Freund werden. So, Kumpel, dann guck mal in deine Kristallkugel und sag mal, wo es hingeht. Hm. Du könntest ein interessantes Schicksal haben. Soll ich dir die Zukunft vorher sagen? Ist auch günstig. Ähm. Jo, mach mal. Humbaba, humbaba, humbaba. Ich sehe, ich sehe. Hokus pokus. Du wirst den Mönch der Hasrall erfinden. Dafür nehme ich 30 Rubine. Ich hoffe, du wirst gesund bleiben. Hihi. Toll. Geil. Ich hoffe, du wirst den Mönch der Hasrall erfinden. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ja, den werden wir bestimmt irgendwann finden. Aber, ob das so einfach wird? So. Okay. So, okay. Ja, jetzt muss man den Sahasrall erfinden gehen. Hier waren wir noch nicht. Da stand die Wache vorne dran. Ich möchte jetzt... Oh, je, Mini. Wieso haben die denn... Ach, du Heiland, deine Stern. Wo kommen wir denn hier überhaupt hin? So. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Ach, jetzt sind wir hier oben. Ach ja, okay. Gut. Das ist jetzt der Weg hier durch den Friedhof. Und da geht es dann hier oben. Irgendwo wieder hin. Da hinten geht es auch irgendwo hin. Aber wir sind absolut nicht dort, wo wir eigentlich sein sollten. Und wo war jetzt da hinten eigentlich der Endlos-Strand? Hm. Ey. Oh, toll. Da bleibt mal einmal hängen und dann gleich sowas. Ach, wie herrlich. Ja, speichern weiter. Wir starten in der Kirche. Da können wir natürlich nicht mehr rein. Toll. Aber ich gehe davon aus, dass es hier irgendwo in der Nähe einen... Ach, oh Gott. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Au. Wie? 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 Wie piepen schon? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, du Spiel. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, bitte. Nee. Hopp. Lauf, Link! Lauf, lauf! Wir sterben schon wieder. Scheiße! Ja, wir starten bei Linkshaus. Komm. Der hat uns jetzt grad wie viel abgezogen? Boah, das ist doch jetzt... Das ist doch nicht euer Ernst, ihr Spielemacher hier. Jetzt kommt noch zu einer von der Sorte. Okay. Hier, die hatte ich ganz vergessen alle hier. Oh Mann. Wo ging's da? Da ging's in den Wald rein. Aber den Wald wollen wir ja eigentlich gar nicht. Hm. 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 Ist das schwierig? Ich will doch nur zu dem Olden Sahasrallah. Ist das so schwer zu begreifen hier. Was sind eigentlich diese komischen roten Dinger da auf der Karte? Da will ich jetzt grad mal gucken. Lauf hier mal vorbei. So. Müsste ich doch direkt dran stehen. Ah, das ist so ein roter Baum. Okay. Nee. Das steht jetzt oben links von uns. Hm. Hm. Toll. Ich hab keine Ahnung. Aber ich glaube... Ich glaube, wir sollten vielleicht versuchen nochmal irgendwie in den, ähm... Dingensbummens reinzukommen. Ey, 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 ey. Haben die uns da grad eben den Arsch aufgerissen? Haben die uns da den... Ach, ich bin dämlich. Ich hätte ja noch ein Herz holen sollen. Haben die uns da drinnen grad den Arsch aufgerissen? Ui, 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 ui. Boah. Wie war das? Ich reiß' ihn den Kopf ab und scheiß' ihn... Ja, 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 ja. Komm. Ist... So. Dann lass' mich doch mal vorbei. Gute Frau. Huh. Ach je. Gut, das dürfte jetzt etwas schwieriger werden. Weil wir haben ja gesehen, also wir müssten irgendwie schwimmen können, um an die Docks zu kommen. Oder wir brauchen irgendeinen anderen Weg. Aber ich wüsste jetzt nicht welchen oder wie man jetzt da hinkommen soll. Aber wir werden uns das schon irgendwie, ähm, zusammenreimen. Ich bin ja recht guter Dinge. Ich bin ja auch, ähm, immer gut gelaunt bei dem Spiel. Ja, ich bin gut gelaunt. So. Sterb. Drecksack. Okay, dann nehmen wir uns jetzt mal hier oben den Teil vor. Irgendwo hier muss es doch dann wieder da reingehen. Oh, da ist ein... Ein Herzteil. Oh, was ist denn das für einer? Häuser. Wärst du mal so nett hier, dich mal bissle... Ey, sag mal, wie hält denn der noch aus? Komm mal hierher, du! Ah! Was, 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 was? Wieso sind wir hier? Ey! Das ist doch jetzt... Leute! Da wollte ich doch gar nicht hin! Ich hab gedacht, da geht's in die andere Richtung. Oh Gott! Oh, scheiße! Wir sind grad eben sowas von verreckt, Leute! So, und irgendwo hier muss doch jetzt mal noch ein Weg sein, wie wir wieder... Da ist eine Höhle! Okay! Das ist doch schon mal gut! Okay! Feenhöhle Nummer 2! Toll! Wir haben wieder eine Feenhöhle gefunden! Ach, toll! Komm, wir gehen jetzt grad nochmal rein! Hier muss man um jedes Herz kämpfen! In diesem Spiel hab ich gelernt! Heieieieiei! So! Nochmal! Nochmal! Wir haben ja so viel Spaß hier! Nein! Nein! So! Wir sind hier! Sollten wir hier sein! So! Okay! Na, wir werden's jetzt einfach mal noch ein bisschen umgucken! Und jetzt mal schauen, dass wir den Typ da oben einfach mal so totkriegen! Komm her, du! So! Na, jetzt bringst du mich nochmal umbringen? Willst du mich nochmal umbringen? Du, du Drecksack, du elendiger! So! Bäm! Was bist du denn? Oh! Gut! Wer ist denn hier zu Hause? Guck mal doch mal! Ach, nee! Nicht, du! Für 3 Shopee darfst du 2 Runden öffnen! Hast du Lust? Was willst du tun? Äh! Nee! Dann spiel ich über! Jetzt komm einfach wieder her! Den hatten wir ja schon ein paar Mal! Und da hinten gucken uns wieder der Mario an! So! Und da oben geht's jetzt da lang! Okay! Das war, glaub ich, keine so tolle Idee! Gut! Jetzt gucken wir mal, was da oben noch ist! Schnell an einem vorbei! Und hoffen, dass wir hier... Ein Herzteil! Nummer 2! Okay! Und hier geht es auch nicht weiter! Wie kommt man da oben in den komischen Palast da? Nur weil ich ihn jetzt gerade gesehen hab, frag ich! Wobei... Ich glaube fast, ich will da nicht hin! Nee! Ich glaube, ich will da nicht hin! So! Och Gott! So! Mann! Das fängt ja so toll an, hier das Spiel! Gleich zweimal zum Anfang gestorben! Da ist ein Handelsweg! Öp! Da... vorbei! Wo sind wir denn jetzt? Ah! Da oben geht's zum Wachhaus! Alles klar! Will ich da hin? Nö! Ich glaube eher nicht! Ich möchte... Wo möchte ich denn jetzt eigentlich hin? Ich möchte ja ganz hinten hin! Ach! So! Wo kommen wir jetzt hierher? Ach! Toll! Ach! Ich latsch genau rein! Komm! Ähm! Herzen! Herzen! Okay! Okay! Hm! Da möchte ich runter! Kann ich nicht! Super! Toll! Große Klasse und so! Wieso kann ich hier nicht runterspringen? Das ist doch blöd! Wer bist denn du? Nö! Der redet nicht mit mir! Okay! Dann werden wir uns jetzt mal angucken, wo wir hier überhaupt gelandet sind! Äh! Wir fanden merkwürdige Pfeile am Lupo-Steinbruch! Ich habe keine Idee, was sie bedeuten! Du vielleicht? Okay! So! Da ist wieder die Bar! Okay! Dann ging es hier oben dann lang Richtung Handelsweg! Alles klar! Alles klar! Und da ist wieder der Typ, der immer vor uns abhaut! Aber das können wir im Moment! Den können wir noch nicht erfolgen! Und hier müssen wir irgendwie... Ach! Das Zeug da anheben! Gibt es da noch einen anderen Weg hin? Von unten! Was sagst du denn eigentlich? Durch diese Steine versperrt irgendwo in dir ist das... Ja, okay! Ja, das war die Geschichte mit dem Buch, was da irgendwo noch rumschwirrt! Und hier war auch alles versperrt! Genau! Da ging ja auch kein Weg entlang! Ach! Leute, Leute, Leute! Ich möchte doch nur irgendwie von A nach B! Das gibt es doch nicht! Alter, gut! Und ich will mir jetzt hier das Spiel auch... Ich will mir auch keine Lösung, ehrlich gesagt, angucken! Ich denke mal, wir sind jetzt eh so gut wie fertig! Ich werde mir jetzt hier nochmal volle Herzen organisieren! Und dann mache ich jetzt hier erstmal in dem Gelände für heute! Also für diese Folge besser gesagt! Und dann werden wir das nächste Mal einfach gucken, ähm... Wo wir denn jetzt weiterkommen könnten! Unter Umständen! Ich habe jetzt hier... Wir haben so gut wie alles gesehen und nirgends kommen wir wirklich weiter! Naja! 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 Ja! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Bisher, wir haben zwar hier nur, ähm... Bissle Stadtbesichtigung gemacht, aber macht ja nix! Und wir werden uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge wiedersehen! Wenn ich noch ein bisschen mehr hier rumfehle! Und wenn es mir dann endgültig zu bunt wird, werden wir mal schauen, dass wir hier mal ein bisschen Fortschritt irgendwie erreichen können! Weil das ist schon, äh... Heftig und so! Okay! Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Tschüssi! 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 Tschüssi!